Für einen Rahmen für diesen Schlager, 35.000 Zuschauer im St. Jakobpark, darunter auch ganz, ganz viele Zürcher. Also es ist unschwer zu erkennen, dass es heute um ganz Besonderes geht und Murat Yakin, ich habe es gesagt, mit Sorgen. Viele Verletzte plagen den Basler Coach, fast alle Innenverteidiger sind indisponibel und darum hat der Fabian Frey in die Innenverteidigung beordert. Eine ungewohnte Position für den gelernten Mittelfeldspieler und das zeigt sich bereits nach drei Minuten. Achtung, da ist Frey, Gamukol dazwischen, Dabur mit der Möglichkeit einer riesigen Nock dazu. Nach drei Minuten beinahe die Führung für den Grashopper. Basel ist nicht geordnet und dem gegenüber geht sie hellwach. Sobald die Grashoppers im Ballbesitz sind, geht es ganz, ganz schnell. So wie hier, schnelles Umschalten. Gamukol und dann steht Fabian Frey wieder im Mittelpunkt des Interesses. Der grätscht den Franzosen am Strafraum über den Haufen. Die Frage ist, war das Foul innerhalb oder außerhalb des Strafraums? Hier das erste Bild nicht gut zu erkennen, dann aber folgt der Beweis. 8 Zentimeter vor der Linie vielleicht. Gutes Auge mit Freisagen. Glück, sagt der neutrale Betrachter. Für Fabian Frey gibt es die gelbe Karte. Er wird im nächsten Spiel gegen St. Gallen fehlen. Und Freistoß gibt es ja noch. Salatic hat sich den Ball gelegt. Salatic rüber. Aber Geze überrascht in Basel mit einem ganz, ganz cleveren Spiel. Skibel lässt mit drei Innenverteidigern spielen. Lang und Popovic rücken vor ins Mittelfeld. Man sorgt dort für Überzahl. Und sobald der Ball erobert ist, wird in Speedy González-Tempo gekontert. Achtung! Gamukol. Abraschi. Dann wieder Gamukol. Dabu lässt durch. Gashi! Die Hoppers wollen nicht Meister werden. Immer noch 0 zu 0. Und die Basler Defensive, sie schwimmt. Selten habe ich eine Halbzeit gesehen, in der Basel im eigenen Stadion so dominiert wird wie heute. Das Mittelfeld ist ein Ausfall. Dias und Delgado machen nach hinten wenig Bits, gar nichts. Und drum planscht Basels Notabwehr weiter wie ein Nichtschwimmer im Hallenbad. Achtung! Hier kommt Pavlovic. Und dann Gashi. Tor für den Grasshopper-Club. 1 zu 0. 36. Minute. Und diese Führung, sie ist hoch verdient. Foser viel zu weit weg. Beide Innenverteidiger orientieren sich mit Dabu. Und auch Safari passt nicht auf. Gashi trifft und markiert seinen 13. Saisongriff. Die Stimmung bei den FCM-Protagonisten ist im Keller. Basel liegt zurück. Hat bisher noch keine echte Torchance erarbeitet. Und ist dem Gegner in fast allen Belangen unterliegen. Foser holt sich für einmal nach einem gewonnenen Zweikampf den Ball. Dann Sio. Dias. Schön zurückgelegt. Delgado. Stocker. Tor. 1 zu 1. Und damit hat hier gar keiner gerechnet. 44. Minute. Ausgerechnet die bis jetzt schwächsten Mittelfeldspieler auf dem Platz. Bereiten das Tor vor. Stocker eiskalt. Statt 0 zu 2 oder 0 zu 3 steht es hier völlig unerwartet 1 zu 1. Und mich als Kippe wird das ärgern. Denn GC hat so viel gemacht, dass 1 zu 1 zur Pause ist viel zu wenig Ertrag. Man schenkt sich hier gar nichts. Basel und GC treten nicht nur gegen den Ball. Es geht hier ordentlich zur Sache. Noch selten jenseits des Erlaubten. Sieben gelbe Karten verteilt Schiribiri in dieser Partie. Die zweite Halbzeit bleibt intensiv. Kommt spielerisch aber nicht mehr an die erste heran. Es gibt kaum noch Durst ziehen. Das ist Gaio mit einem klugen Pass zur Mitte. Lang. Das alles schon in der 74. Minute. Und gleich noch einmal GC. Und zwar mit einem Freistoß. Mit dem hier. Der Ball kommt. Gaschi steht völlig frei. Das 1 zu 1. Es schmeichelt dem FC Basel. Jakin stellt zwar um. Freirückt vor und Ayeti verteidigt. Aber es bleiben Unsicherheiten. Hier hat Ayeti mit dem Fehler, dem Schnitzer. Caio. Es fehlt GC heute an der Kaltblütigkeit. An der Effizienz im Angriff. 1 zu 1. So sind bisher alle Duelle in dieser Saison ausgegangen. Es läuft die Nachspielzeit. Letzte Reserven werden angezapft. Kommt Mbolo. Der sieht. Kala. Klug gespielt. Nachspielzeit. Kala. Es wäre das der Matchball gewesen. Der Meisterball sozusagen. Kein Offside von Kala. Und der vergibt diese Riesenmöglichkeit. Und noch immer ist nicht fertig. 93. Minute. Es gibt noch einmal Freistoß für die Hoppers. Die alles nach vorne werfen. Super. Schlecht getreten. Abgefangen. Und jetzt Sommer mit schnellem Gegenangegriff. Achtung. Da läuft Kala. Der siebt. Stocker. Stocker. Immer noch Stocker. 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 Stocker kann sich fassen. Jagdwin auch nicht. Wir auch nicht. Auch im vierten Duell in dieser Saison bleibt es bei 1 zu 1. Ein Resultat, das geht sie mehr ärgern wird als Basel, weil man hier Chancen zuhauf hatte. Die Meisterschaft, sie bleibt weiter spannend. Ich denke, dass wir wirklich ein bisschen überrascht sind. Wir haben sie eigentlich so erwartet, wie sie so schon mal spielen, zurückgezogen auf Konterlaurend. Und sie haben uns aber von der ersten Minute noch unter Druck gesetzt. Uns gar nicht richtig ins Spiel kommen lassen. Und mit dem haben wir heute extrem Mühe gehabt. Es war ja auch irgendwie ein bisschen im Hinterkopf, dass das Unentschieden euch ja viel mehr bringt, wie geht es? Ja, klar, das ist das im Hinterkopf. Es ist klar, dass man das Spiel auf keinen Fall verlieren will. Aber natürlich haben wir eigentlich gewonnen. Und ich denke auch, dass wir in der zweiten Halbzeit noch Möglichkeiten hatten, um das Spiel sogar noch zu gewinnen. Wenn man an die letzte Situation denkt, mit dem Valentin Stocker, der noch zu einer guten Möglichkeit kommt. Ja, wir nehmen den Punkt gerne mit. Wieder ein Unentschieden gegen den FC Basel. Heute aber nicht ein Zwingens. Heute wären sie eigentlich näher am Sieg. Sind Sie einverstanden? Ja, ich glaube nicht nur heute. Auch in den letzten Jahren schon zweimal, wo wir auch nur Unentschieden gespielt haben, sind wir immer eine Spur näher am Sieg gewesen. Es hat nie richtig gelangt. Heute anhand der Spielanteile, speziell in der ersten Halbzeit, zahlreiche Torschancen auf unserer Seite, sind wir sehr enttäuscht, dass wir da nicht drei Punkte geholt haben. Warum hat es auch heute nicht zum Sieg gelangt von der FC Basel? Ich glaube schlussendlich wegen mehr. Ich glaube, ich habe da zwei Chancen, wo ich entweder besser passen oder besser schiessen. Aber ich muss es glauben, die ganze Mannschaft machen nach der ersten Halbzeit. Wir haben uns super zurückgekämpft. Ich denke, in der zweiten Halbzeit sind wir auch ein Stück weit besser gewesen. Und ich glaube, schlussendlich, wenn man beide Halbzüder vergleicht, ist es sicher ein gerechtes Unentschieden. Glauben Sie noch an den Titel? Ich denke, das hat nichts mit Glauben oder Nichtglauben zu tun. Wir müssen versuchen, unser nächstes Spiel zu gewinnen. Es war heute ganz bestimmt eine Vorentscheidung, weil vier Punkte ist schon eine ganze Menge Holz. Und wir müssen auch immer aufmerksam nach hinten schauen, dass wir, IB haben wir im Nacken und andere Mannschaften, Luzern kommt darauf, dass wir auf der einen Seite den zweiten Tabellenplatz natürlich sichern wollen, und auf der anderen Seite natürlich uns auch bemühen, den FCB noch unter Druck zu halten.